Es ist wieder soweit. Es ist Ende Oktober und wir wechseln von Sommerzeit auf Winterzeit. Die Uhren, die werden eine Stunde zurückgedreht und was hat das dann mit Modellfliegen zu tun? Wie ich finde, eine ganze Menge. Draußen ist es jetzt eine Stunde früher dunkel. Mal eben nach Feierabend rausgehen und noch eine Runde fliegen, ist nicht mehr. Das hat natürlich auch Folgen für meine Lipos. Hier mal so eine kleine Auswahl an Lipo Akkus, die ich so im Laufe einer Saison benutze. Und die müssen jetzt ins Winterlager. Winterlager, das heißt, die kommen in so ein Row Safety oder Bed Safe. Gerade hier diese Teile sind wirklich praktisch und Flugmodellautor Hilmar Lange hat dazu ja schon ein sehr ausführliches Video gedreht. Schaut mal nach unter dem Stichwort Lipos lagern. So, wenn die jetzt in dieses Winterlager sollen, dann kann ich die natürlich da einfach reinpacken. So, Klappe zu. Das ist natürlich der falsche Weg. So macht man das nicht, weil ich weiß doch gar nicht, ob dieser Akku voll ist, leer, halb voll. Denn ins Winterlager dürfen die nämlich nur, wenn sie im Storage Modus einmal kurz entladen oder geladen wurden über ein Ladegerät. Das hat den Vorteil, wenn ich die dann im Frühjahr nach dem langen Winter wieder aus dem Lipo Safe heraushol und auflade, dann darf ich erwarten, dass die wieder die gesamte Saison lang funktionieren und dem Winter über keinen Schaden erlitten haben. Naja, so ein 4S-Lipo mit 2600 mAh an Kapazität, der kostet, je nachdem was für einen man kauft, zwischen 30 und 50 Euro. Das sind genau die 30 bis 50 Euro, die ich mir sparen kann im nächsten Frühjahr, wenn ich also das Lagern richtig beherzige. Herausfinden kann ich, ob in diesem Akku noch Kapazität im Überfluss vorhanden ist über einen Lipo-Checker. Ja, und zum Entladen benutzt man ja meistens ein entsprechendes Ladegerät. Beispielsweise hier dieses hier, das K2. Das entlädt mit immerhin 15 Watt. Hm, viel ist das nicht. Ist es sogar eigentlich erschreckend wenig. Mit 15 Watt so ein 4S-Lipo mit 2600 mAh zu entladen, ja, das dauert und das dauert nicht alleine, sondern ich habe ja noch einen Akku, ich habe noch einen Akku und hier noch einen und das muss anders gehen. Und das kann es auch. Beim himmlischen Höllein habe ich mir das Entladegerät FD200 besorgt. Das hat eine Entladeleistung von 200 Watt. Entladen kann ich bis zu 8S-Lipos und das mit bis zu maximal 25 Ampere. Puh, untergebracht ist das Ganze in einem stabilen Metallgehäuse. Bedient wird es über lediglich zwei Tasten. Einstellen kann ich die Zähnzahl, also wie viele Zähne der Libro hat und die maximale Stromstärke, mit der ich entladen möchte. Die lässt sich einstellen in fünf Schritten und zwar 5 Ampere, 10 Ampere, 15 Ampere, 20 Ampere und 25 Ampere. Und die gebe ich über diese beiden Tasten entsprechend vor. Über diese Taste wird die Zähnzahl vorgegeben und über diese Taste die Stromstärke anschließen und in Betrieb nehmen. Lässt dich das Ganze direkt über den Lipo. Einmal kurz eine der beiden Tasten drücken. Es wird automatisch erkannt, um was für ein Lipo es sich handelt. Das ist hier ein 4S-Lipo und der liegt auch gleich los mit dem Entladen. Ich hatte vorher noch eingestellt 25 Ampere als maximale Entladestromstärke. Und da startet der dann auch schon gleich. Was ich jetzt nicht weiß ist, wenn er das entlädt, macht er das eigentlich mit jeder Zelle gleichzeitig und läuft das eigentlich ganz gut. Und dazu schließe ich mir einen Lipo-Checker an. Dann habe ich eine gewisse Übersicht. Hier ist die Gesamtzählenzahl. Moment. Hier kann ich jetzt die Einzelzählen entsprechend durchklicken und das darüber überwachen. Ein bisschen aufwendig. Also wenn man das noch etwas besser lösen könnte, wäre das natürlich pfiffig. Ich habe da was. Über die App ISD Go habe ich die Möglichkeit, das FD200 und mein Smartphone via Bluetooth miteinander zu verbinden. Die App gibt mir die Möglichkeit, viel mehr Kontrolle auf das Gerät zu haben. Leider noch immer keine Einzelzählenüberwachung. Da bin ich noch auf den Lipo-Checker angewiesen. Aber was ich machen kann ist, hier über das Einstellmenü beispielsweise die Entladespannung pro Zelle vorzugeben. Also pro Zelle in Anführungsstrichen. Ich kann hier zwischen 3 Volt und 4 Volt vorgeben. Nehmen wir mal jetzt. Was habe ich hier? 3,6 Volt. Und ich habe außerdem die Möglichkeit, den Entlade Strom direkt vorzugeben. Und das auch nochmal in etwas feineren Schritten. Also nicht in 5, 10, 15, 20 und 25 Ampere, sondern im unteren Bereich auch ein bisschen feiner. Ich könnte hier auch mit 2 Ampere maximal entladen. Das ist natürlich vorteilhaft für wesentlich kleinere Lipos. Oder eben bis die 25 Ampere. Genau, das mache ich jetzt einfach mal. 3,6 Volt, 25 Ampere und 4S sind eingestellt. Start drücken. Und dann fängt auch gleich der Entladevorgang an. Hier oben im Display wird mir dargestellt, wie viel Watt das Entladegerät jetzt schon aus dem Akku gezogen hat. Und außerdem wird hier auch der Entlade Strom angezeigt. Das kann ich nicht nur sehen, das kann ich auch hören. Der wird nämlich dann immer lauter. Und hier hinten kommt das auch richtig schön warm raus. Also da wird jetzt ordentlich Leistung verbraten. Und wenn ich das hier über meinen Lipo-Checker nochmal überprüfe, Ich bin jetzt bei 3,9, bei der anderen Zelle 3,94, 3,94, 3,93. Also da geht auch schon ein bisschen was raus. Ich habe jetzt in der kurzen Zeit 205 Watt herausgezogen. Entlade jetzt mit 12,7 Ampere. Ah, schöne Heizung. Praktisch für den Winter. Also mit zum Flugplatz nehmen. Und dann kann man mit einem Akku, den man ja sowieso gerade entladen wollte, sich nochmal draußen die Finger wärmen. Wenn ich den Entladevorgang aktiv beenden möchte, muss ich das einfach nur hier unten bestätigen, dass der automatisch aufhört und abbricht. Das Entladegerät FT200 ist praktisch. Aber Fluch und Segen zugleich. Der kann jetzt ins Winterlager. Aber ist ja nicht nur der. Der muss ja auch noch und der muss auch noch. Das ist so ein bisschen wie beim Discjockey. CDs oder Platten auflegen. Also ich habe jetzt die nächsten zwei, drei Stunden oder vielleicht werden es auch ein bisschen mehr gut zu tun. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch hier und abonniert unseren Kanal, damit ihr auch künftig keine Videos mehr verpasst. Und dann zum Schluss habe ich da noch was. Über das Ladegerät K2, das Ladegerät Q8 und das Powernetzteil SP2417 haben wir ein weiteres Video gedreht. Und das ist auf der nächsten Flugmodell-DVD zur Ausgabe 1.2.2022 zu sehen. Also wenn ihr das auch ansehen möchtet, abonniert Flugmodell plus die Flugmodell-DVD. Und dann seid ihr beim nächsten Mal mit dabei, um euch den Beitrag zu allen vier Geräten anzusehen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.